Musik Ab heute findet unser zweites Souveretta House Fly Fishing Kurs statt. Die Teilnehmer sind am Lai Kravatscha, am stillen Gewässer heute. Morgen geht es dann an den Inn, wo Sie Ihr Fanglück unter der Instruktion von Daniel Blättler versuchen werden. Und in ein paar Minuten kommen Sie zurück und dann machen Sie diese ganz wichtigen kleinen Hilfsmittel. Und der nächste Souveretta House Fly Fishing Kurs findet am 13. und 14. August 2018 statt. Wir freuen uns! Musik 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 Musik